Gestern war ich zu Haus. Ich bin nicht zu Haus. Er vergisst deine Adresse. Hier ist Norden und dort ist Süden. Dort liegt Osten und hier Westen. Dort liegt Osten und hier Westen. Fährst du nach Westen? Wir fahren nach Westen. Ich fahre nach Süden. Ich laufe hin und her. Ich laufe hin und her. Alles in bester Ordnung. Wie ist deine Familie? Wie ist deine Familie? Meine Familie ist jetzt zu Haus. Meine Familie ist jetzt zu Haus. Er hat kein Mädchen. Er hat kein Mädchen. Neki nincs Fia. Er hat keinen Jungen. Er hat keinen Jungen. Er hat keinen Jungen. Mein Junge ist sehr stark. Mein Junge ist sehr stark. Er hat keinen Jungen. Er hat einen Jungen. Er hat einen Jungen. Er hat einen Jungen. Ich laufe hin. Wie heißt deine Freundin? Er hat einen Jungen. Eine Flasche. Eine Flasche. Bistoschamibistosch. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. NGNL. Lassen sie mich los. Lassen sie mich los. Zu wem möchten, Sie bitte? Sie möchten bitte draußen warten. Komme ich ungelegen? Komme ich ungelegen? Störe ich etwa? Ist das Ihr erster Besuch hier? Irre ich mich vielleicht? Ich irre mich sicher nicht. Ich bin bald zurück. Ich begleite Sie hinaus. Ich begleite Sie hinaus. Wir sind immer hier. Wir sind immer hier. Die Eltern sind gesund. Die Eltern sind gesund. Warum läufst du? Warum läufst du? Du fällst. Du fällst. Ich beeile mich sehr. Ich beeile mich sehr. Wir beeilen uns sehr. Wir beeilen uns sehr. Er geht schon, weil er keine Zeit hat. Er geht schon, weil er keine Zeit hat. Er dreht nur mal wie seien. In einer Stunde, kommt er wieder. Nimm die Wett. Irrst du dich nicht? Irrst du dich nicht? Deh die Wett. Du irrst dich. Du irrst dich. Mäkwa kusikos idö. Verändert sich das Wetter? Das Wetter ändert sich nicht. Das Wetter verändert sich oft. Das Wetter verändert sich oft. Mäkir deset minket. Sie hat uns gefragt. Sie hat uns gefragt. Ich mi war loszoltung. Und wir haben geantwortet. Und wir haben geantwortet. Es war sehr schwer. Das war sehr schwer. Az Anja megkérdezte a fiát. Die Mutter hat ihren Sohn gefragt. Die Mutter hat ihren Sohn gefragt. Dieser Mann ist Arbeiter. Er arbeitet in einer Fabrik. Und wir haben geantwortet. Ich habe einen Sohn gefragt. Ich habe einen Sohn gefragt. Warum arbeitet sie nicht? Warum arbeitet sie nicht? Auf wenig nicht. Der Chef ist nicht da. Der Chef ist nicht da. Möchtet heute nicht gehen? Wie sieht er jetzt aus? Wie sieht er jetzt aus? Ma nem reggelizem. Ich esse heute kein frühstück. Megrendeltem a reggelit. Ich habe das frühstück bestellt. Már kifizettem az ételt. Ich habe das Essen schon bezahlt. Ich habe das Essen schon bezahlt. Bekär, mein Name war russbar. Ich soll in die Stadt gehen. Ich soll in die Stadt gehen. Ich soll in die Stadt gehen. Hier parke ich meinen Wagen. Hier parke ich meinen Wagen. Dort gibt es auch einen Parkplatz. Dort gibt es auch einen Parkplatz. Er wohnt irgendwo hier. Er wohnt irgendwo hier. Er wohnt irgendwo hier. Wie sind die Nachbarn? Wer wollte das auf der Fee? Warum war der Mann hier? Heute ist das Wetter schön. Heute ist wirklich schönes Wetter. Wir haben einen Spaziergang. Wir haben einen Spaziergang. Es ist eine gute Idee. Dort steht ein Polizist. Messe von innen. Ist sie weit von hier? Ist sie weit von hier? Az nekem mindegy. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ez nekem teljesen mindegy. Das ist mir ganz egal. Das ist mir ganz egal. Kivel találkozik ott? Wen trifft er dort? Wen trifft er dort? Er trifft dort seinen Bekannten. Er trifft dort seinen Bekannten. Wo dolgozik ö? Wo arbeitet er? Wo arbeitet er? Mama dolgozik. Arbeitet er schon heute? Arbeitet er schon heute? Von Marco Czijuk. Haben sie schon ein Auto? Haben sie schon ein Auto? Er hat jasui Autojagd. Verkauft er sein neues Auto? Verkauft er sein neues Auto? Habt ihr kein Geld mehr? Habt ihr kein Geld mehr? Verkauft er sein neues Auto? Er kauft jetzt kein Auto. Er kauft jetzt kein Auto. Wo me geht's aber pay? Gibt es noch einen freien Platz? Gibt es noch einen freien Platz? Es not your joneski. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wie er deckt ihr Geld? Was interessiert dich? Was interessiert dich? Ne mir deckt ihr Geld. Interessiert das dich nicht? Interessiert das dich nicht? Auf ihr jedwannit. Dein Mann ist hier. Dein Mann ist hier. Auf ihr jemdokran fahrt. Mein Mann ist oft müde. Mein Mann ist oft müde. Er dütkönneb. Es ist leichter zusammen. Es ist leichter zusammen. Wer ist der altere? Wer ist der altere? Fiatalabb, als ihr Mann. Fiatalabb, als ihr Mann. Sie ist jünger, als ihr Mann. Sie ist jünger, als ihr Mann. Wann sind sie zu Hause? Wann sind sie zu Hause? Wann sind sie zu Hause? Wann waren sie hier? Wann waren sie hier? Wer wollte ich it? Er fährt jetzt weg. Er fährt jetzt weg. Mein Dank ihr habt. Jeder kann kommen. Jeder kann kommen. Es jobb, mint os. Das ist besser als das. Das ist besser als das. Es id meg jobb. Das ist noch besser so. Das ist noch besser so. Meikosoltob. Welches ist das billigere? Welches ist das billigere? Was geschepp, mint es? Ist das kleiner, als das? Ist das kleiner, als das? Miener käse. Wie sind seine Hände? Wie sind seine Hände? Die skosche Käse. Seine Hände sind schmutzig. Seine Hände sind schmutzig. Ich habe nur ein Streichholz. Hier ist ein Streichholz. Ich habe nur ein Streichholz. Ich habe nur ein Streichholz. Übergang. Übergang. Er ist kein Kind mehr. Er ist kein Kind mehr. Wannet nun wieder? Ich habe eine große Schwester. Ich habe eine große Schwester. Und alle? Ich habe nur ein Streichholz. Dort steht ein Mann. Ich kenne ihn nicht. Machst du das? Geht kein Verhebnis. Wen soll ich anrufen? Wen soll ich anrufen? Nem wird dann wieder gut. Ich habe keine Blumen gekauft. Ich habe keine Blumen gekauft. Osoba butorosot. Das Zimmer ist möbliert. Das Zimmer ist möbliert. Oboratum sobat geräsch. Mein Freund sucht ein Zimmer. Mein Freund sucht ein Zimmer. Sobot mega soba. Ist das Zimmer noch frei? Frei? Ist das Zimmer noch frei? Osoba marki von Ottawa. Das Zimmer ist schon vergeben. Das Zimmer ist schon vergeben. Die Vermieterin kommt sofort. Die Vermieterin kommt sofort. Willetek mehetek? Kann ich mitkommen? Kann ich mitkommen? Ki wählt Alakosolot? Wen triffst du dort? Wen triffst du dort? Er wohnt im Obergeschoss. A pince az alsó szinten van. Der Keller ist im Untergeschoss. Der Keller ist im Untergeschoss. Wollaki szétalatetön. Jemand spaziert auf dem Dach. Jemand spaziert auf dem Dach. Das Dach des Hauses ist groß. Das Dach des Hauses ist groß. Otatön vonetkemen. Auf dem Dach ist ein Kamin. Auf dem Dach ist ein Kamin. Das Haus hat auch einen Balkon. Das Haus hat auch einen Balkon. Meik loka stetsig nekad. Welche Wohnung gefällt dir? Welche Wohnung gefällt dir? Meik so boh tetsig nekad. Welches Zimmer gefällt dir? Welches Zimmer gefällt dir? Owendige oheverdön uelnek. Die Gäste sitzen auf der Couch. Die Gäste sitzen auf der Couch. Die Gäste sitzen auf der Wand. Die Gäste sitzen auf der Wand. Die Gäste sitzen auf der Wand. Er sitzt vor dem Fernseher und isst. Der Fernseher ist zu laut. Der Fernseher ist zu laut. Der Fernseher funktioniert jetzt nicht. Mögt ihr Fernsehen? Mögt ihr Fernsehen? Mögt ihr heute noch das Zimmer auf? Räumst du heute noch das Zimmer auf? Nein, ich räume das heute nicht mehr auf. Wir verstehen einander sehr gut. Wir verstehen einander sehr gut. Brauchst du mich? Nein, ich brauche dich nicht. Nein, ich brauche dich nicht. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ich suche gerade dich. Stören wir euch nicht? Stören wir euch nicht? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wir helfen oft einander. Wir helfen oft einander. Der Schampi ist schon Gott. Du ruhst auch nicht viel. Du ruhst auch nicht viel. Holt du dunkle Jüngle. Wo können wir uns setzen? Wo können wir uns setzen? Nein, ich wollte. War das schwer? War das schwer? Hiedergwornit. Es ist kalt hier. Es ist kalt hier. Mitlehrt muss dann nicht. Was kann man jetzt machen? Was kann man jetzt machen? Scheunos, nimm du doksche Giteni. Leider kann ich nicht helfen. Leider kann ich nicht helfen. Nimm so badi doha nozni. Darf man hier nicht rauchen? Darf man hier nicht rauchen? Hier darf man rauchen. Hier darf man rauchen. Ön nicht rauchen. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Mikor kell heza mennend? Wann musst du nach Hause gehen? Wann musst du nach Hause gehen? Mikor kell heza mennend? Wir müssen noch nicht nach Hause gehen. Wir müssen noch nicht nach Hause gehen. Hol nob nem kell koran keini. Morgen muss man nicht früh aufstehen. Morgen muss man nicht früh aufstehen. Die scho sem tokorito tokit. Räumt ihr hier nie auf? Räumt ihr hier nie auf? Die tokorit jo so bad. Er räumt das Zimmer auf. Er räumt das Zimmer auf. Ki kell takaritania a szobát. Er soll das Zimmer aufräumen. Er soll das Zimmer aufräumen. Kinek a szobáját takaritja ki? Wessen Zimmer räumt sie auf? Wessen Zimmer räumt sie auf? A házatokban vagytok? Seid ihr in eurem Haus? Seid ihr in eurem Haus? O hasumt erlöt a lung. Wir stehen vor unserem Haus. Wir stehen vor unserem Haus. Kinek a szobáját. Ich mache die Haustür auf. Ich mache die Haustür auf. Ich mache die Haustür auf. Untertitelung des ZDF, 2020